Musik Das Kolonium im Herzen der Regensburger Altstadt ist das führende Fachgeschäft für Biedermeier und Art-Deko-Möbel in ganz Deutschland. Auf über 500 Quadratmeter finden sich Einzelstücke für jeden Geschmack. Musik Ja, unsere Stärke sind schöne, städtische, originale Biedermeier-Möbel um 1820, überwiegend Kirschbaum-Nussbaum, sowie klassische Art-Deko-Möbel um 1920, die aus Frankreich stammen. Die werden bei uns in der eigenen Restaurierungswerkstatt sorgfältig restauriert und mit Schellack handpoliert. Musik Also das Vertrauen im Kunsthandel ist absolut das Wichtigste. Man braucht eine Fachkompetenz, es muss ein originales Stück sein, eine Seriosität und eine Zuverlässigkeit, sowie die Leidenschaft im Kunsthandel. Das sind absolut die wichtigsten Attribute. Musik Musik